Für Titelverteidiger Salzburg beginnt die Pflichtspielsaison am Freitag, 17.00 Uhr, live ORF 1, in der ersten ÖFB-Cup-Runde beim Drittligisten Hertha Wels. Für Trainer Matthias Gaisle stellt sich bei seinem Pflichtspiel-Debüt die Aufgabe, den Sturm seiner Wahl zu finden. Admirakocz Andreas Herzog und Wolfsbergs neuer Robin Dutt stehen gleichermaßen vor ihren Premieren in einem Bewerbsspiel. Vizemeister Rapid trifft auf die Wiener Victoria mit Trainer Toni Polster. Der 33-jährige Gaisle kann den Auftakt gar nicht mehr erwarten, wie er bei seinen jüngsten Medienterminen zugab. Jetzt nach vier Wochen Vorbereitung wünscht man sich nichts sehnlicher, als dass es endlich um Punkte geht oder wie jetzt in diesem Fall ums Weiterkommen im Cup. Durch den Abgang von Torschützenkönig Parzen Dakar zu Leicester City und den Kreuzbandriss von Sekou Kuita hat Salzburg schon vor Saisonstart zwei Stürmer verloren. Weil Mergem Berischer außerdem an einer Leistenverletzung laboriert, tut sich im Angriff ein Fragezeichen auf. Es ist ein großer Umbruch, vor allem in der Offensive, sagte Gaisle. Mit Karim Adeyemi, 19, Rückkehrer Junior Adamu, 20, Noah Okafor, 21 und dem vom FC-Liefering beförderten Benjamin Sesko, 18, hat der Chefcoach zumindest vier hochtalentierte Junge mit unterschiedlichen Stärken im Kader. Die interne Hierarche muss sich erst herauskristallisieren. Es ist so, dass die verbleibenden Stürmer das sehr, sehr gut gemacht haben, betonte der Deutsche. Es ist ein bisschen die Qual der Wahl für mich als Trainer, am Freitag das Duo zu finden, das von Beginn anspielt. Der Gegner werde jedenfalls nicht unterschätzt. Es ist ein Pflichtspiel, wir wollen gewinnen. Demzufolge haben wir uns auch da professionell vorbereitet, sagte Gaisle. Es ist für uns sehr wichtig, dass wir erfolgreich in die neue Saison starten. Als Titelverteidiger sind wir Favorit und wollen dieses Spiel gegen Wels natürlich gewinnen, meinte auch Slatko Junozovic. Rapid bekommt es mit dem einmaligen, Kapschreck, Viktoria zu tun. Die Polstertruppe hatte vor zwei Jahren Hartberg im Elfmeterschießen eliminiert, damals allerdings mit Heimvorteil auf Kunstrasen. Diesmal wird gegen den Drittligisten im Allianz-Stadion gespielt. 20.30 Uhr, live ORF Sport Plus. Ich freue mich, dass es losgeht. Wir haben eine gute Vorbereitung hinter uns und sind wirklich gut in Schuss, sagte Kapitän Christopher Dibon, der sein erstes Pflichtspiel seit mehr als einem Jahr bestreiten könnte. Aber wichtig ist, dass wir als Mannschaft funktionieren, dass wir vom ersten Spiel an da sind. Robin Dutt, der in Deutschland UA, Werder Bremen, Leverkusen und Bochum betreut hatte, muss für sein Debüt als Coach des WAC nicht weit weg von Hütteldorf in den 17. Bezirk zum Wiener Sportklub. Das ist ein Traditionsklub, da wird sicherlich, dadurch dass Zuschauer erlaubt sind, auch emotional von der Tribüne was abgehen. Wir werden eine absolute Top-Leistung abrufen müssen, um der Favoritenrolle auch gerecht zu werden, sagte der neben Jeisle zweite deutsche Cheftrainer in der Bundesliga. Das erste offizielle Match von ÖFB-Rekordspieler Herzog als Klubtrainer findet im Burgenland statt, wo die Admira beim SC Neusiedel am See gastiert. Wir sind froh, dass es endlich losgeht. Natürlich muss man im Cup immer aufpassen, damit es kein blaues Wunder gibt. Aber die Mannschaft hat in den letzten Wochen sehr hart gearbeitet, meinte der frühere Trainer der israelischen Nationalmannschaft. Hartberg spielt bei Bad Gleichenberg, die SV Ried ist in Grödig zu Gast. Heimsieg zum Abschluss der Vorbereitung schwarzer Kreis, weißer Kreis erst am Samstag gefordert sind Terlask gegen Marchfeld, Mannsdorf, die Austria bei Spittal, Drau, Bundesliga-Aufsteiger Austria Klagenfurt in Wiener Neustadt, Alltag in Karlsdorf, die WSG Tirol in Leobendorf sowie Sturm Graz beim ATSV Stadelpaura. Die Vorfreude auf das erste Pflichtspiel und auch auf die Rückkehr der Fans ist riesig. Wir wollen die Saison mit einem starken Auftritt und dem Aufstieg in die zweite Runde eröffnen, erklärte Sturmtrainer Christian Ilzer. In den vergangenen zwölf Jahren flog nur dreimal kein Bundesliga-Klub in Runde 1 aus dem Cup. Zuletzt überlebten allerdings in der Saison 2020 21. alle zwölf Oberhausvereine den Startschuss. Jeder Bundesligist ist gegen einen unterklassigen Verein Favorit, sagte WSG-Trainer Thomas Silberberger. Wir wollen die Favoritenrolle annehmen, wollen nichts anbrennen lassen. Aber der Cup hat eigene Gesetze. Wir müssen mit Sicherheit mit der stärksten Elf spielen, sonst gibt es ein böses Erwachen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017